Kiko 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 und das ist ein starkes Wettbewerb zu haben. Die Arme vor! Die Arme vor! Die Arme vor! Die Beine! 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 Kurs! 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 Jawoll! Krimens, das war auch gut! Kurs! 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 Wicke, weg die Kante! Ja, wie bist du? Die Flick am Tor! Nett auf den Tor! Nett auf den Tor! Lass den Tor! Ja, ein Schnell-Rümpfe! Ein Schnell-Rümpfe! Da! Da! Rund auf! Rund auf! Rund auf mit dir! Jawohl! Jawohl! Jetzt klappen sie auf! Jetzt klappen sie auf! Nächste Team! Nächste Team! Oh mein Gott, die Beine! Die Beine! 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 Oh Gott! Nichts! Oh! 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 Auf dem Marends 2 einen Sieger! Der Sieger ist bei den Dörschlern aus Röntzen! Oh! Oh! Auf dem Marends 2 den Kartenraum! 1.02! Lars Dörschlern aus Röntzen! Nichts! 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 Und sieh! Andei! Und Arten! Arten! Hätselmäßig! Sieger weg! 1! 2! 2! 5! 1! 2! 1! 1! Das war die Führung. Nun werden wir den Kampf 2074 Felix Weschner als Jena gegen Saskia Zürich aus Kreis für den Zufall in Pion.